Eines Menschenflügel von Andreas Eschbach. Es liest Matthias Köberlin. Oven, der unerreichbare Himmel. »Was sind die Sterne?«, fragte Oven, als er noch ein Kind war. »Die Sterne,« sagte der alte Hegwin, den man den Weisen nannte, »sind der Ort, von dem wir kommen.« »Und wo sind die Sterne?« »Jenseits des Himmels,« sagte Hegwin und deutete empor zum milchig-grauen Firmament, hinter dem das große Licht des Tages leuchtete und die Welt erhellte. »Ich will sie sehen,« sagte Oven. Der Weise, dessen Schwingen schon grau und schlaff waren vom Alter, schüttelte den Kopf. »Das geht nicht, Oven. Der Himmel ist unerreichbar hoch. Keines Menschenflügel können ihn überwinden.« Oven sah in die Höhe und fand das ungerecht. »Das glaube ich nicht,« sagte er. Noch am gleichen Tag erkletterte er einen der höchsten Startpunkte des Nestbaums, breitete seine jungen Flügel aus, ließ den auflandigen Wind hineinfahren und sprang. Er nutzte die aufsteigende Strömung und die Kraft seiner Flügel, um höher zu steigen als je zuvor. Die Welt fiel unter ihm zurück, bis die meilentiefen Schluchten mit ihren alles zermalmenden Wasserfällen aussahen wie Furchen und Rinnsale und die riesigen Nestbäume wie dürres Gewächs, und er stieg und stieg in einen Himmel von rauchigem Grauweiß, der gleichwohl nicht näher zu kommen schien, so sehr er sich auch anstrengte. Schließlich verließen ihn seine Kräfte. Die Brustmuskeln schmerzten, die Flügelspitzen begannen zu zittern, und er musste aufgeben und nach Hause zurückkehren. »Glaubst du es nun?«, fragte Hegwin, als Oven das Geflecht der Nestbauten in der Krone ihres Baumes keuchend wieder erreicht hatte. »Nein«, sagte Oven dickköpfig, »aber er versuchte es nicht noch einmal. Doch er vergaß es nicht.« Solang die Trockenzeit dauerte, badeten sie in den hohen Flüssen, da, wo es sicher war, weil Wasser floss, ließen sich von der Strömung über die Kante tragen und hinab in die fürchterlichen Tiefen, um sich möglichst spät aus der Gewalt des silbern herabschießenden Wasserfalls zu lösen. Doch wenn Oven dann mit langen Flügelschlägen an der tosenden, gischtenden Säule entlang wieder hinaufflog zu den anderen, dachte er, dass es sich so anfühlen müsse, den Himmel zu durchstoßen. Als die Windzeit begann, zog er mit den anderen Kindern halbe Tage lang Kreise, weit draußen über dem grünen Meer, wo es kochte von den heißen Quellen, und einem die Süßmücken schwarmweise in den Mund flogen, aber er behielt den Himmel im Auge wie einen Feind, studierte das strähnige Muster aus Dunkel und Hell darin und stellte sich vor, wie es sein mochte, dort anzukommen und hindurchzutauchen und die andere Seite zu erreichen. Dann kam die Regenzeit. Ein steter Sturzbach von Wasser, den auch die Riesenblätter nicht abhalten konnten. Die Kinder hockten in den nass an den Ästen des Nestbaums klebenden Hütten, lernten zählen und rechnen, die Schrift der Ahnen und die Geschichte ihres Volkes. Sie erfuhren, dass die Ahnen von den Sternen gekommen waren. Ja, von jenseits des Himmels waren sie herabgestiegen, in einem großen silbernen Fahrzeug. Sie hörten zu ihrem Erstaunen, dass die Ahnen noch keine Flügel besessen hatten und versuchten sich vorzustellen, wie diese auf dem Boden gelebt hatten, im düsteren Unterholz, in Furcht vor dem Magor und geplagt von den grauen Ratzen. Doch die Ahnen hatten sich auf Künste verstanden, die seither verloren gegangen waren. Sie hatten es vermocht, von den Pfeilfalken die Flügel und die Kraft zu nehmen und beides ihren Kindern einzupflanzen, die seit dieser Zeit Flügel besaßen und fliegen konnten, als seien sie die Herren der Lüfte. Und kein Mensch musste mehr im Unterholz leben, seit der letzte der Ahnen gestorben war, vor tausend Jahren. Dann folgte die Nebelzeit. Silberner Dunst lag morgens über den Wäldern, verdeckte die Abgründe der Schluchten wie ein undurchdringlicher Schleier und die Wasserfälle schrumpften zu dünnen, dampfenden Rinnsaalen. Die Schleier sahen undurchdringlich aus, doch sie waren es nicht. Wenn man hindurchflog, spürte man nur einen kalten Hauch, aber man musste vorsichtig sein, weil man nicht weit sah. Das brachte Owen auf den Gedanken, über die Natur des Himmels nachzudenken. Ist der Himmel, wollte er wissen, womöglich nur eine Art ewiger Nebel? Eine Wolkendecke, die niemals verschwindet? Sattwehn, der die Kinder unterrichtete, prüfte, was die Schriften dazu wussten. Und siehe da, genau so verhielt es sich. Der Himmel war eine hohe, unvergängliche Wolkenschicht. Das hatten schon die Ahnen gesagt, die sich in derlei Dingen nicht irrten. Die Frostzeit brach herein, ließ die Wasserfälle erstarren und verstummen, überzog die riesigen Lederblätter der Nestbäume mit silbrigem Reif und erfüllte die Luft mit dem märchenhaften Klingen gefrorener Lianen, wenn sie der kalte Seewind gegeneinander schlagen ließ. In eisernen Schalen glommen Chiorca-Samen in der Glut und durchdrangen die Nesthütten mit ihrem würzigen Duft und an hellen Tagen kletterten die Verwegensten ins Freie, um Eisfrüchte zu ernten. Dies war die Zeit der Lieder, des Flickzeugs und des Nachsinnens über das, was gewesen war und das, was kommen würde im neuen Jahr. Oven erlernte die Kunst, Entfernungen mittels Triangulation zu bestimmen, aber nicht um die Distanz zu Inseln draußen im Meer oder zu Bergen im Hinterland zu ermitteln wie die anderen. Er baute sich, als wieder Trockenzeit war, ein Triangulationsbesteck, um die Höhe des Himmels zu messen. Nach einigen Messungen war er sich seiner Sache sicher. Der Himmel war sehr hoch, aber nicht unendlich hoch. Tatsächlich war der Himmel vom Nestbaum nicht weiter entfernt als die heißen Quellen, nur eben in die Höhe. Oven begann zu trainieren. Den Himmel berühren Zunächst fiel den anderen Kindern kaum auf, dass es plötzlich fast immer Oven war, der einen Wettflug vorschlug, zur Klippe, zu den heißen Quellen, zur Muschelbucht hinab. Zumal Oven so gut wie nie gewann. Aber Oven meldete sich auch, wenn die Erwachsenen Helfer brauchten zum Lastentransport, ließ sich bereitwillig Tragegeschirre anlegen, was allen anderen Kindern ein Graus war, und ging endlich dazu über, ein neugeborenes Hiibu jeden Tag einmal im Geschirr hinunter in den Fjord zu fliegen, um es zu tränken. Weil das Hiibu jeden Tag ein wenig größer und schwerer wurde, wurde Oven im Lauf der Zeit immer stärker, fast ohne etwas davon zu merken. Schließlich wollte niemand mehr gegen ihn um die Wette fliegen, weil Oven immer gewann. Als die nächste Frostzeit kam, war Oven der stärkste und schnellste Flieger des Stamms. Das ganze Jahr über hatte er seine Messungen der Himmelshöhe fortgesetzt und herausgefunden, dass der Himmel in der Windzeit am höchsten, am niedrigsten dagegen am Ende der Nebelzeit war, kurz bevor die Frostzeit begann. Doch als er wieder einmal versuchte, ihn zu erreichen, war es wie beim ersten Mal. So sehr er sich auch bemühte, er schien dem Himmel nicht näher zu kommen. »Glaubst du es immer noch nicht?« fragte Hegwin mit gutmütigem Lächeln, als Oven klammgefroren und erschöpft aus dem Landenetz kroch. »Nein,« sagte Oven grimmig. Er flog wieder mit den anderen. Aber ihre kurzatmigen Spiele begannen ihn zu langweilen, wie sie ihrerseits zunehmend davor zurückschreckten, ihn zu begleiten, wenn er eine neue Herausforderung suchte, ohne Zwischenlandung bis zu den Inseln des Laikstammes zu fliegen, beispielsweise. »Das könne er allein machen,« hieß es, »und so machte er es allein.« Er flog den ganzen Tag und die Nacht hindurch ohne Pause, im Dunkeln nur geleitet vom kleinen Licht der Nacht, das das Meer in verzaubernden Schimmer tauchte. Er begann, die Vögel zu studieren. Die Ahnen hatten ihnen die Flügel der Vögel gegeben, aber das war erst wenig mehr als tausend Jahre her. Zweifellos mussten die Tiere, die schon seit dem Anfang der Zeit fliegen konnten, die besseren Flieger sein, und vielleicht konnte er aus ihrer Beobachtung noch etwas lernen. Nur einer, der schmächtige Jiuwin, begleitete ihn auf seinen Beobachtungszügen. Gemeinsam lagen sie in Höhlen an der Küste und verfolgten das Treiben der Strandsegler, Küstenflatterer, Tauchschwirrer und Raubdrifter. Küstenflatterer, Tauchschwirr des Verflots X, �stenflatteriadMelops, Platt im Hintergrund. Vielen Dank.